Musik Hallo zusammen, hier ist Berlin und shoppen ein wenig oben. Cause that's what we do. Ok, wir sind jetzt hier an einem Platz. Hier ist ein zoologischer Garten. Genau. Und vor mir ist so eine krasse Küche. Ich zeig euch die gleich mal. Musik Guckt euch mal den Weihnachtsbaum an. So etwas trauriges habe ich irgendwie noch nie gesehen. Das ist echt das schlimmste, traurigste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe. Vor allem der Hintergrund mit diesem gebauten Haus da. Beziehungsweise noch im bau befindlichen Haus. Wow, wow Berlin. Du beeindruckst mich. Okay, wir suchen gerade Uni-Glo übrigens. Also Uni-Glo eigentlich. Und da ist auch ein Baum, der sieht richtig gut aus. Zeig euch den mal. Das ist doch mal ein schöner Abbau. Oben spitz und unten breit. Musik Ich habe dieses wunderschöne türkise Hemd gefunden mit Punkten drauf. Und die Farbe steht mir auch ganz wundervoll. Aber ich glaube, ich bin einfach kein Hemdengirl. Musik Hallo Leute. Wir waren gerade Mittagessen. Schon 28. Ne, nicht Abendbrot. Aber es war dann schon um 2. Und es gab Pizzen, das Hemd. Und Winestrone Suppe für mich. Das waren bei mir, je nachdem ich es noch nicht mitbekommen habe. Und dann, ja der Ziel ist wieder raus. Es ist ungefähr gegen 3. Und jetzt gehen wir zum HDB. Im Zweifelsfall stehen wir direkt nach Kost. Ja. Oh mein Gott. Weihnachten ist am Start. Wow. Wow, diese Kerzenteile am Gürtel. Noch mehr Gürtel. Wow, ne? Wow. Und da so ein Telefonhäuschen. Mhm. Wow, da bin ich echt geflasht. Die sind schön. So in meiner Kamera. Wow. Wow. Kleiner Lippenstift. Baumanhänger. Und Nagellackbaumanhänger. So schnell meinem Freund hinterher. Leberspätzle. Bäh. Was ist das für ne Z? Nein. Oder? Das sieht schön aus. Wir suchen mal wieder. Nach Coleman's Center. Mom meinst du mal. Und gucken einfach so rum. Sam interessiert sich für Feinkost, Spitalität. Und bunte Nudeln. Und bunte Nudeln. Heavy Sammy. Guck mal, da ist ein kleiner Ingwermann. Und hier Lucky Buddha Bier. Wow. Wow. Just Merch. Wow, hier ist so heig. Heig ist voll cool. Wow, hier seht ihr. So Metallboxen. Metall. Und Dingen. Zuerst noch mal Marmor. Schon ein bisschen cool, ne? Schon ein bisschen cool. Was kostet der Spaß? 60 Euro. Na ja. Hallo Leute, wir sind jetzt endlich raus aus dem KDW. Und ich habe mir ne Glamour gekauft mit Tanja Böhr vorne drauf. Yay. Und dann war ich gerade noch beim Jo Malone-Counter. Und konnten wir nicht vergleichen, mal kurz an Osage und Seas Hall zuschnuppern. Wir grillen da oben. Wir grillen da oben. Wir grillen da oben. Es ist auch nicht kalt. Erzähl es, was machst du da oben? Krass, oder? Wie tot das ist. Alter Schwede. Diese fette Schleife. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Großer Lastwagen. Hi. Wir sind wieder in Leipzig. Schön, ne? Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal geblockt habe. Ich glaube irgendwann beim Forever 21. Das ist jedenfalls lange her. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Schön.